Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal. Ja, die Abstimmung hat ergeben, dass wir City Skylines spielen. Ich habe das Game schon ewig nicht mehr gespielt, muss ich dazu sagen. Ich habe es damals gefeiert. Es sind tausend neue DLCs raus. Ich habe einige davon, nicht alle. Was genau ich noch nicht habe, werde ich im Laufe der Zeit rausfinden. Meine ganzen alten Addons, die ich drin hatte, sind nicht mehr kompatibel. Das heißt, wir spielen ohne Mods erstmal. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe nur ein paar neu geschaut, aber Automatic Bulldoze. Das war eigentlich das Hauptding, was ich damals drin hatte. Und alle Tiles anlocken. Ist aber jetzt erstmal für den Anfang nicht wichtig. Für den Anfang müssen wir erstmal gucken, dass wir vielleicht irgendwann später dann alle Tiles anlocken. Aber für den Anfang ist das jetzt nicht erheblich. Und dann müssen wir halt von Hand die Gebäude leider abreißen. Ja, ist halt so. Wir starten. Also ich habe hier noch ein altes Game. Ihr seht schon 2019. Das heißt, es ist vier Jahre her, dass ich noch der Speicher stand. Das ist auch nicht, das ist tatsächlich auch nur, das ist nicht mehr die Stadt, wo ich ursprünglich gespielt hatte, glaube ich. Das ist ja. Äh, ja, das, äh, ja. Genau. Äh, wir sind auf jeden Fall, äh, Minecraft, äh, kommt jetzt natürlich erstmal nicht mehr. Äh, wie gesagt, da muss ich jetzt sowieso nochmal schauen bei Minecraft. Ähm, wir machen natürlich ein neues Game. Ich habe ja noch tausend neue Maps, ne. Äh, das ist, ja genau. Hier, das hier habe ich zum Beispiel also nicht. Map Pack habe ich hier nicht. Das, äh, keine Ahnung. Ich würde ganz gern mit einer Standard Map. Ich habe auch noch meine eigenen Maps hier. Ne, das, das hier. Genau, ich habe mal, ganz, ganz früher hatte ich mal eine eigene Map gemacht. Äh, was machen wir? Two Rivers? Zwei, zwei Flüsse oder so? Ja, ich würde ganz gerne eine von den Standard Maps nehmen. Wir könnten natürlich eine Winter Map nehmen, aber. Ähm. Ich würde schon ganz gern, äh. Also ich würde schon ganz gern eine mit, äh, allen Connections nehmen, wenn möglich. Das haben die, glaube ich, die Standard Maps sowieso alle, glaube ich. Äh, zwei Flüsse? Gehen wir für zwei Flüsse? Oder, oder, gehen wir für irgendwas anderes? Hm. Ich habe mich noch nicht entschieden, für was wir gehen hier. Grand River. Hm. Cream Plains. Das sind auch zwei Flüsse. Ich glaube, ich will das hier. Ich glaube, ich nehme das hier. Cream Plains, ja. Und unsere Stadt heißt natürlich Empire City. Was denn sonst? Ist ja, ist ja eine Großstadt nachher, ja. Können wir auch ein Szenario spielen, aber nee. Äh, Linksverkehr machen wir auch nicht. Das ist natürlich hier, ähm, ganz toll, äh, Rechtsverkehr. Ähm. Ähm, jetzt nicht in England. Oder Australien, ja. Äh. Und noch ein paar andere Länder. Ja, ich zähle jetzt nicht alle auf. Ich kenne auch nicht alle, ich bin ganz ehrlich. Äh, für Building, äh, 74%. Ja, das wird schon reichen. Oder ist, äh, Two Rivers besser? Ach, Two Rivers hat kein Dings. Äh, ja, dann nehmen wir die hier, auf jeden Fall. Keine Schiff, Schiffsanbindung. Dann nehmen wir auf jeden Fall das hier. Ich glaube, das ist auch die allererste Map, die ich gespielt hatte. Oder Cliffside Bay. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, gut. Dann legen wir doch einfach mal los. Ähm. Genau. Was ich sagen wollte. Ähm. Ich glaube, ich habe die ganzen Hilfen auch wieder an. Oh Gott. Ähm. Minecraft ist natürlich jetzt, ähm, erstmal raus. Zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade aufnehme, sollte heute eigentlich, äh, 14.04 wieder kommen. Genau, wir hatten jetzt eine Woche Pause. Aber, ja. Und, äh, Dienstag, Neunstag kommt dann natürlich City Skylines. Na? Zumindest ist es so geplant. Mal gucken. Vielleicht ändern wir noch was. Aber, ich denke mal, so bleiben die Spots erstmal. Dass ihr da informiert seid. Das steht natürlich auf dem Kanal drauf. Ja, aber, ähm, ja, 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 wir sind pausiert. Sehr gut, ich kann noch ein bisschen labern. Ähm, ja, wir haben die ganzen... Hm, Start-Fielding. Ja, wir haben... Ja, das ist unsere Map. Wir können, glaube ich, nachher neun Teils anlocken. Also, wir können... So, von hier außen rum jeweils noch... ...drei mal drei. So, ja, 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 ja. Ich muss Straßen bauen. Ich weiß. So. Ich weiß gar nicht, auf was ich die Game eins... Ich muss mal kurz ganz gucken. Äh, ganz kurz gucken. Ja, das passt alles, glaube ich. Was ist... Warum ist die Resolution... Warum ist die nicht... Ähm, warum ist die nicht auf dem hier? Äh, ja. Ich weiß nicht, warum die nicht auf dem waren. Ganz ehrlich. Äh, ne, wir machen Deutsch. Mhm, ja, ja, ja. Äh, Celsius, ja. Das ist alles andere. Das ist das, äh, Audio. Und dann mache ich die Musik ein bisschen leiser. Direkt. Sonst, äh... Ja. Das sollte passen. Gut. Ähm, dann. Äh, wir haben hier einen wunderschönen, äh... Yeah, geil. Äh, wir haben noch nichts gemacht. Wir haben hier... Äh, Katastrophen sind übrigens an. Also, die habe ich... Die Stills, die habe ich schon. Ich habe auch das Tag-Nacht-DLC, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich alles habe. Ich habe damals schon einige DLCs... Oh Gott, Straßen für den öffentlichen Verkehr. Autobahn. Also, wir können... Wir können gerade noch nichts anderes machen, ne? Wir können, glaube ich, nur eine normale Straße bauen. Ja, 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 ja. Ist ja okay. So. So, und jetzt könnte ich das doch hier... Könnte ich das Kurvenmodus anmachen, oder? Wir machen jetzt hier, äh... Oh Gott. Den hässlichsten Kreisverkehr aller Zeiten. Aber das ist schon ein bisschen besser, wenn ich komplett... Ähm... Ja. So. Und dann so. So, dann kommt man... Ich sollte die Straße wahrscheinlich hier noch geradeaus machen, ne? Nicht perfekt, aber ja, was soll's. Und dann... Ja, wo müssen wir? Wir müssen Wasser am Wasser. Hier hinten würde ich ganz gern... Ich würde hier ganz irgendwo Industrie hinpacken und dann hier die... Die Siedlung wahrscheinlich. Das heißt, wir gehen erstmal... Hier her. Ist das gerade? Ne, ist das nicht gerade. Natürlich ist es nicht gerade. Äh... Konnte ich das locken? Nicht, ähm... Ich sehe, das läuft nicht gerade hier rüber. Was den Abstand angeht. Das heißt, ich kann da keine 90 Grad dran packen. Aber ich konnte es hier doch irgendwo ausschalten. Ne, das war's nicht. Anhebungsschritte, ja. Äh, Straße. Der Rater, ja. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Oder ich muss hier... Genau, ich mach das mal so. Dann ist die ganz leicht abgewinkelt. Und dann sollte die hoffentlich, wenn wir hier gerade weitergehen... Relativ parallel, ja. Ja, genau. Wir sind nicht ganz perfekt, aber ist okay. Damit kann ich leben. Dann machen wir hier eine Straße lang für Industrie nachher. So, und wir bauen hier direkt, äh... Und dann können wir uns um so ein Stück... Um, bauen wir Windkraftwerke. Windkraftwerke sind... Oh Gott, hier drüben. Oh Gott, die sind terrible. 6 Megawatt ist 7 Megawatt, okay, wir müssen wohl oder übel ne Dings bauen. Ne Dings, äh, ne Kohle. Okay, also erstmal das günstige. Wir haben... Es gibt mittlerweile verbesserte Kohlekraftwerke. Und ich weiß gar nicht, ich glaub, ich hab hier noch... Oh Gott, Solarturme. Okay, es gibt noch einiges. Ich glaub, dass... Ich kenn einiges nicht mehr so. Dann brauchen wir... Fluss fließt in die Richtung. Das heißt, wir brauchen einmal eine Pumpe. Für Frischwasser. Und einmal... Was ist das? Ökowasseraustritt. Mhm. Ja, wir müssen erstmal günstig. Hier. So, und dann machen wir hier... Wunderbar. Dann gehen wir hier natürlich... Unter die Straße. So. Und dann hier auch. So. Und dann... Würde ich sagen... Ja, ich weiß, dass das Spiel angehalten ist. Auf geht's. So. Raus aus dem Wassertab. Und dann hoffe ich, dass die ersten Leute hier Einzug nehmen. Ich kann hier nicht weiter rüber, by the way. Ähm. Stimmt, Stromversorgung ist nämlich nicht da. Ja. Äh. Ich brauche noch so... So. So Dinger hier. Dass die Stromversorgung gesichert ist. Ja, ist okay. So. Und dann haben wir... Ja, ich würde sagen... Die ersten Einwohner, die einziehen. Die Tönn-Röschen-Residenz. Wie steht es um das Gebäude? Ja, das ist doch... Die sind nicht so happy, aber ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Was ich falsch gemacht habe. Vielleicht brauche ich noch mehr Area? Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Kann theoretisch, äh, direkt noch eine Straße bauen. Komm, wir bauen noch ein Stück Straße ran. Und dann bauen wir hier irgendwo so eine Querstraße. So, irgendwie... Und dann, was möchte ich jetzt, Abstand lassen. Drei Pixel. Hier so eine Sackgasse machen. Vielleicht. So. Oh Gott, dramatische Musik. So, alles... Alles Wohnsiedlung da. Bei hier weiß ich noch nicht. Ich weiß gar nicht, was das so dramatisch war jetzt gerade. Ist irgendwo... Wirtschaftsfenster. Oh ja, jetzt können wir Kredite nehmen. Ah ne, jetzt gehst du erst mit der nächsten Stufe. Ja, 100% meine Einnahmen kommen aus Wohngebieten. Das ist jetzt nicht so überraschend. Ähm. Oh wow, die Katze sitzt auf dem Baum. Ist ja krass. So. Ähm. Wir brauchen ein bisschen, äh, hier... Wir brauchen ein paar, äh, Gebiete mit... Genau, das wollte ich jetzt nämlich hierhin machen. Ein paar... Ein paar Einkaufsmöglichkeiten, ja. Huch, das wollte ich nicht. So. Wir müssen... Wir sind hart im Minus halt, ne. So. Ja, ich hoffe jetzt, dass die sich halt möglichst schnell aufbauen. Oh, ein bisschen Speed hier. Oh, der wird keinen Strom haben, der Kollege da hinten, ne. Ja, müssen wir, müssen wir erst mal damit leben. So, wir brauchen mehr Industrie. Ja. Ich würde ganz, ich würde halt ganz gerne die Stadt abteilen. Hier würde ich... Ich weiß nicht, ob die Industrie am Fluss das Beste ist, aber ja. In Voransichten. Oh, Gott. Das gab's früher alles nicht. Katastrophen. Okay, ich kann Schutzräume bauen, um... Oh ja, guck, guck, Nachtmodus. Oh nein, ich hab vergessen, die Rohre zu bauen. Oh Gott, ich bin doof. Hä, nee, ich hab doch Rohre gebaut. Hä, warum haben die keinen Strom? Warum haben die keinen Strom? Oh Gott, das reicht nicht. Okay, ja, ist ja gut. Ihr habt jetzt gleich Wasser. Ihr solltet jetzt Wasser haben. Chillt. Wasserversorgung. Ich hab gedacht, das reicht in Range. Hier mit, ähm, Dings. Mit der Straße, aber hat's wohl nicht. Die Wasserwerke arbeiten. Chillt. Chillt. Als historisch kennzeichnen. Okay, ich kann historische Gebäude markieren. Alles klar. Hab ich noch nicht vor. Oh, okay, hier hab ich natürlich... Äh, vergessen, die Wasser... Wasserleitung zu legen. Und dann würde ich sagen, wir machen... Ja, ja, komm, wir nehmen, müssen ein bisschen sparen. Das sind drei Pizze. So, dann machen wir das so. Und dann machen wir hier die Wasserrohre da rum. Ah ne, das reicht nicht ganz. Äh, okay, dann... Scheiß drauf. Hier so ungefähr. So, wir brauchen mehr Wohngebiete. Ich würde mal sagen, einfach hier mehr heranklatschen. Oh ja, das, was ich meinte mit der Musik, ist ein bisschen laut. So, ich würde ganz, ganz so die Einkaufsgebiete ein bisschen zwischenrein machen. Eigentlich will ich die Kreuzung vermeiden. Ha. So. Damit kann ich hier... Auf jeden Fall nochmal mehr... Äh, Dings bauen. So, und dann würde ich ganz gerne hier Wohngebiete machen. Und wahrscheinlich würde ich ganz gerne hier auch nochmal eine Straße machen. So. Huch. Ah, Game. Warum freeze das Game? Ach, weil es... Ah, okay. Oh nein, ich habe Müll freigeschaltet. Ah, ich glaube, das hier ist noch ein... Ist das ein Mod gewesen? Das ist... Das ist auf jeden Fall... Äh, habe ich immer gebaut. Ich glaube, es ist vom Mod. Ich glaube, ich habe doch noch irgendeinen Mod drin. Oder das ist, äh, von Dings. Cool. Äh, wir sind auf jeden Fall ein kleiner Weiler direkt. Ähm. So, drei. Äh, Wasserversorgung. Einmal bis hinten durchziehen. Wir haben... Wir sind positiv auch. Äh, wir machen Geld. Wahrscheinlich nicht notwendig, das hier so zu machen. Aber was soll's. Ja, Wasser, Wasser... Wie war das? Warte mal, Wasser. Das sieht gut aus, oder? Strom auch. Ja, alles easy. So viel Strom brauchen wir ja noch nicht. Schulen. Wir sind halt alle teuer, ne? Was hat dieses Ding gekostet? Das hat so richtig... Ah, das war richtig teuer. Ein Recyclingzentrum kostet 16.000. Eine Müll... Ja gut, wir müssen eine Mülldeponie bauen. Da... Kommen wir nicht dran vorbei. Ähm... Wir brauchen auch noch mehr Industrie. Wir müssen aber kurz gucken, dass wir unsere... Ja, okay. Wir haben unsere Wasserversorgung. Wir machen einfach nur jede Straße eine Wasserversorgung. War eigentlich nicht so geplant, aber... Was soll's. Warum parten die da eigentlich? Können wir eigentlich, ähm... Vierspurige Straße. Sechsspurige Straße. Ähm... Ist das eine Autobahn? Autobahn. Ja, okay. Das können wir noch nicht bauen. Wir könnten aber eine zweispurige... Zweispurige Einbahnstraße bauen. Äh... Wie war denn das nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier muss ich eine... Muss ich ja eine Doppelte machen? Oder kann ich das einfach wegreißen? Nee, eigentlich müsste es funktionieren. Ey, warum hat das nicht funktioniert gerade? So! Dann kann man nur so rumfahren. In dem Kreisel. Das ist halt die einzigste Straße gerade, die reinführt in die Stadt. Die Kreuzung wird ein bisschen gefährlich sein. Aber was soll's. So, Industrie... Wir brauchen mehr Industrie. Oh, was ist das? Ein Stein. Achso. Äh... Wir brauchen Industrie. Äh... Bauen wir erstmal... Ah, die können wir ein bisschen dichter bauen, oder? So, Industriegebiet. So, Industriegebiet. Lassen wir hier. Damit es, äh... Stromversorgung wieder hergestellt ist. Und dann hier hinter. Ja, sehr gut. Stromversorgung ist da. So, wir müssten... Nehmen wir hier, äh... Ein bisschen noch weiter an. Ich muss da noch eine Wasser... Ah, ne, Wasserleitung habe ich da schon gelegt. Hier müsste ich noch eine Wasserleitung legen. Ja, ich weiß, es ist unnötig, das durchzuziehen. Aber was soll's. Äh... Hier muss ich auch noch eine Wasserleitung legen, auf jeden Fall. Weil hier könnte es reichen, mit zwei Straßen Abstand. Nur ein Pixel zwischen drin lass. So, wenn ich jetzt hier... Ja, ja, ich weiß, Wasserversorgung. Ja, da reicht das sehr gut. Piperstraße, Alter. Wer nennt die Straße so? Ah, das Spiel, I guess. Äh, wir müssen aber gucken, dass wir... Oh Gott. Ja, die Musik ist ein bisschen laut. Und das Fenster stört mich eigentlich auch ein bisschen hier. Aber soll's. Bildung. Wir brauchen... Was ist das, eine Grundschule? Und das ist... Eine Freischule. Mhm. Aha. Eine Alternative zur Grundschule. Äh, warum ist es so? So, ich brauch mal eine erstmal. So, und dann... Was ist das hier? Eine Arztpraxis. Ja, die können wir direkt daneben packen. Sorry, Leute. Ja. Aber unser Gesundheits- und, äh, Ding-System muss halt, äh... So. Ja, es läuft doch. Und ich würd sagen, äh, mit dem... Wir haben mal ein bisschen ganz schön, äh, für die erste Folge. Läuft's ganz gut, hätte ich gesagt. Läuft ganz gut. Was ist denn da, Läuft? Warum ist die Straße... Okay, warte. Das muss ich jetzt nochmal kurz checken. Ja, 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 ich weiß. Ich weiß nicht, warum die Straßen hier manchmal verrückt spielen. Oh, hab ich hier eins... Oh, ich hab hier eins... Äh, Dienststraßen gebaut. Das war jetzt nicht geplant. Upsi. Äh, ich muss das hier ändern. Das sind alles Einbahnstraßen hier. Ich wollte gar keine Einbahnstraßen bauen. Mein Fehler. Also hier wollte ich Einbahnstraßen bauen. Aber ich hab vergessen, die Straßen wieder zu ändern. Gut, dann würde ich sagen, äh... Wir sind doch gar nicht so... Läuft doch. Läuft doch. Wir sind positiv. Wir haben Bild... Ein bisschen Bildung zumindest. Ähm... Aerospace. Ja, Marspläne. Ja, das soweit sind wir noch nicht, meine Freunde. Genau, unsere... Unsere kleine Siedlung steht mit dem, äh... Der Industrie im Hintergrund. Ha. Gut, dann würde ich sagen, äh... Hau da rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao.